hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute mal die alola kokowai v pokémon go kollektion auf roppel beschützt die kollektion schon sagt wieder hallo hallo sieht das gute stück aus alola kokowai ich finde das pokémon voll cool mit dem langen holz so sieht die rückseite aus alola kokowai v bringt schwung in den kampf in der tat ich mach die kurz aus wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder hier ist erst mal die maxi card die sucht gerne nennen das hallo auch der schlackes artwork dann natürlich die kleine promo karte davon auch sehr gut und dann die vier pustern hier vom pokémon go das ist weg ist kein kartendrick ein weberrack ein alola ratverrack ein du siegur ein reißlauss ein pikachu spark ross und allein labras in holo hier hat das eilbrotmaschine und sompel und der kotow ich gönne euch den die holen wir was da hinten denn nächstes pack den kot behalte ich diesmal da haben wir es eine schöne wasser eingelie pflanze ein faser noch eine sonderbauer ein kammerung ein glumander ein kammerung ein eevolie ein alola ratfraß ein navi talk ein das war auch nichts so vorletzes pack noch hier können euch den viel spaß damit jetzt haben wir eine schöne kampenger gehen ok pflanze ein popetär ein kandale weil kandela ein lomos der nato aber die fülle und glumander reißlauss wieder sagen wir müssen dann haben wir schon wieder ein toto ok so letztes pack für heute let's magic so können euch die netten gut für heute viel spaß damit so da haben wir den v star marker so da haben wir den kodex so wow guck mal die karte an der dicke rand hier ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal ciao